Heute backen wir Braunies. Dafür benötigt ihr eine Tasse und die Zutaten Zucker, Mehl, Öl, Kakao, Backpulver, zwei Eier, heißes Wasser. Wir nehmen unsere Tassen Mehl, eins, zwei, zwei Doppel, dann brauchen wir eine Tasse Zucker. Eine Tasse Kakao. Eine Tasse Kakao. Ein Teelöffel Backpulver. Ein Teelöffel Backpulver. Zwei Eier. Eins. Den Ofen könnt ihr schon mal vorheizen auf 180, auf Stufe 180. So, jetzt haben wir Öl und eine Tasse Öl. Eine Tasse Öl. Und heißes Wasser. Eine Tasse heißes Wasser. Und das vermischen wir jetzt. Schön verrühren. Ihr könnt auch den Mixer nehmen, wenn ihr möchtet. Zwei Eier. Zwei Eier. Zwei Eier. Bisștäario. Zwei Eier. Kauchen. Zwei Eier. Achtung, dass ich alles schön verliere. So, dann haben wir jetzt unser Teig fertig für die braunen Mies. Dann nehmen wir einen Esslöffel. Ihr könnt eine normale Form nehmen und die braunen Mies dann ausschneiden. Aber ich nehme jetzt die Behälter hier für braunen Mies. Und tue meinen Teig in die Form rein. Ungefähr immer einen Esslöffel. So, dann nehmen wir 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 einen Esslöffel. Nun haben wir unseren vorgeheizten Ofen auf 180. Die im Backofen anlassende 20 Minuten backen. Dann sind unsere Brownies soweit fertig. So, dann nehmen wir einen Esslöffel. So, dann nehmen wir einen Esslöffel. So, dann nehmen wir einen Esslöffel. Vielen Dank.